Der Korrupte Jedi Orden Wir ja eigentlich Bisher gekämpft haben Ja, wir sehen uns dann im Spiel wieder So, Delay Äh, ja, ich nehme halt wieder den Wie immer halt Heute Nacht steht der Fall der Jedi bevor Die höchste Autorität hat uns befohlen Den aufhörerischen Jedi Orden auszulöschen Der unser großes Imperium bedroht Unser erstes Ziel ist die Ratskammer einzunehmen Lord Vader wird das Kommando haben Also Ruhe Und los, los Abschneiden Komm her, aufhören Ah, Jedis Ah, fallen die da einfach vom Himmel Stub Boah Abschneiden Das wird echt schwer, weil die Fallen, die kommen immer so Hinterlustig, diese scheiß Jedis Kurz hier Katting Dann dem, dem Alter sind das viele Nein Ich glaube ich nehme Schauschütze Katting, Katting Mann Ach, Mann Rente mir einfach ein Schuss Boah, den Händen sind die nicht Träfchen, meine eigene Oh Ha No Scope Nein Hat mein Schuss Schuss zurückgeschießt Arsch Es gab hier jetzt ein heftiges Vendetta Mein Leben So Wir schlachten uns hier mit dem Schauschützen Geh wir durch Ah, ich treffe nicht Wieso renne ich ja auch mit dem Teil rum Ähm Aber naja Bisher Klappt's ja ganz gut Leben Gib mir Leben Gib mir Leben Alter Scheiße Fast keine Verstärkung mehr Oh Verstärkung Nein Ja wie, hier ist gar nicht auf Leben Ah Leben Stirb Kanaka So Treff mit Scope weniger wie ohne So, ich muss jetzt die Kacki hier einnehmen Lad nach Nein So ist nämlich jemand anders So Zwei Leute haben wir noch So Der und ich Die anderen sind alle tot Oh 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 Dem werde ich das jetzt wohl schaffen Oh, danke Für den Hinweis Wo macht man das nämlich Hm Oh Nein Auf Flugzeugstuch Komisch Sprengteil da Boom Ah Achtung Truppen Sofort in die Bibliothek Die Jedi versuchen dort die Holobücher zu zerstören Das dürfen sie nicht Halten sie sie auf Oh nein Das dürfen sie nicht Stoppen sie die Zerstörung der Jedi Holobücher Wenn sie wenigstens ein Regal für etwa zwei Minuten schützen Kann das Kommando den Inhalt der Bibliothek scannen Okay Ich hab mir das hier rausgesucht Dafür ist der Klontechniker nämlich extrem geil Das Regal beschütze ich jetzt nämlich Nein Okay I think that was So, hier noch Oh, ein letztes hat überlebt Ein letztes hat überlebt Sturm Oh, oh, komm Oh, Jedis Jedis Okay, ich hab kein Ich hab keine Gegnerische Was machst du da Du Lump Oh, nochmal Das war einfach zu viel Ach, nee Ich war noch gar nicht tot So, okay Dann machen wir das Ganze jetzt nochmal So, und diesmal machen wir das gleich mit dem Und jetzt Heute Nacht steht der Fall der Jedi bevor Die höchste Autorität hat uns befohlen Den aufhörerischen Jedi-Orden auszulöschen Der unser großes Imperium bedroht Unser erstes Ziel ist die Ratskammer einzunehmen Lottweder wird das Kommando haben Also Ruhe Und los, los An den Seiten An den Seiten Und wir gehen ja An den Seiten So, ein falsches Ziel Aufgeschüttter Hm, low Für den Kanzler Achten Sie auf die Pflanzen Sanitäter Effizient Die flankieren uns Ach man Drecks Jedi Ich war so voll in Fahrt Oh, ein Reparierungteil Gedöns Da nochmal Hier auch So, ich stürme jetzt da rein Und dann Nehmen wir die Kacke hier ein Tötet eh's Ja, ich glaub Das haben wir eingenommen Wie Ich steh im Rampenlicht Wie Jetzt nicht mehr Wie Jetzt wieder Ja, okay dann Dann gehen wir jetzt Ich muss hier das Das dieses Regal Beschütze ich Kriege ich auch noch Irgendwie Unterstützung Zum Beschützen Wäre irgendwie Recht cool Nein Gib mir Leben Ich beschütze Bücher Gale Ich beschütze Bücher Gale Ja Kann ich auch noch Reparieren Sind wir hier Irgendwo Jedis Jetzt bin ich erschrocken Ich war ein Idiot Nein, da macht sich einer an meinem Regal zu fassen Oh Gott Nein, nicht drauf schießen Reparieren Alter Beeilte euch Ich muss zu meinem Regal Schätze So Hier hinstehen Und einfach Reparieren 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 Nur noch 10 Sekunden Das werden wir wohl noch schaffen Und mich gibt es am Arm Oh du Schlampe Hau ab Ja Wir haben es geschafft Ihr nächstes Ziel In der Holo Die alles wissen Der Sith Und der Jedi Enthalten Sagt man Das erste Ist im Kommraum Holen sie es Und bringen sie es Zur Veranda Kaka Werde ich tun Äh Jedis Alter Ähm Nee Die FDW Würde ich mal sagen Hallo Wie dies Hallo 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 Was geht mit euch Ja Ah Ja jetzt auf einmal So Boom In die Luft Jagen Immer toll Oh bin ich gerade erschrocken Ja warum nehmt ihr das Ding nicht mit Jetzt muss ich hier die Scheiße erledigen Wenn ihr es nicht hinkriegt Oh irgendwo hier muss es Reingehen Da kommt ein Jedi angechumpt Oh Gott Das hier wird es Ganz und gar nicht Einfach Dacht er wäre schon tot Also war ja auch aber ich dachte er wäre halt nicht tot Also genau das Gegenteil was ich gerade gesagt habe KS Leben Nein kein Leben Ach so ich kann mich auch selber nehmen Ich dusel Hallo Ah hi Weiter geht's Nein Na komm noch mal so schlampige Jedis Total schlampig Eben Aber die die schützen sich immer so scheiße mit Gern Gernante Wegen die wäre ich fast gestorben wenn ich die hinterher gerannt bin und deswegen in die Granate reingerannt bin Ach So da kommt bestimmt jetzt auch gleich wieder was vom Himmel Nicht Ach okay cool Yeah Da ist er in der Nähe der Sternenkammer Sie müssen diesen Jedi besiegen und sein Holocron zum Veranda Absetzpunkt bringen Okay Denn wir sind, Darth Vader Alias Ähm Können wir ja auch, ne ähm Anakin Skywalker Genau Ach ne falsche Richtung Dö lny dö dö Okay eigentlich habe ich keine Ahnung wo ich jetzt hin muss Glaub ich geh einfach mal hier rüber So stip ich bin heute so happy drauf ich muss töten hallo süßer jetzt bin ich aber traurig hat nämlich einfach gehe ich habe ich da zu erschreckt mich nie wieder so übel ich kann die statuen schrotten ja ich habe keine zeit jetzt die statue zu schrotten wir haben noch 35 leute lol alter fick dich das ist ein leiser schwert ich bin so die pussie ich muss meine letzte schwert wer kommt ja immer näher ein hologram kann jede und holocon holocon wie die keine ahnung wie sagt ein holocon das wieder die musik noch mal machen ach ja nein was macht in unserem geschütz holocon so geschützt da wir im besitz des letzten holocon sind können wir uns nun um den rest der Jedi hier kümmern exekutieren sie die drei Jedi Meister die den Geist ihrer unerfahrenen Schüler gegen das Imperium angestachelt haben sollen sie Zeugen davon werden was der preis für aufstand ist ok lässt sich erledigen einmal zwei die die meister töten wird erledigt hat dort ist leute die mit ihrem leise schwert hochstehen und sich cool fühlen war guck da schon wieder ja auch und hier der letzte voll in der luft weggefetzt anis war gar nicht ja what the fuck toll ich konnte mich irgendwie gerade nicht bewegen leck oh toll ich kann auch hier respawn gehört ja uns bin ich näher an dem sack und kann von hinten kommen ja toll jetzt hättest du gleich wieder alle seine ja genau ja jetzt kriegt er seine epileptischen anfälle schlampe unser neuer Imperator wird zufrieden sein primäre Missionszähler abgeschlossen der Jedi Tempel wurde gesichert yay oh ein Sieg das ließ man immer gern da ist blau und schön und Sieg und man hat nicht verloren so wir sind jetzt dann im nächsten Part wieder zu Let's Play Star Wars Battle von 2 haut rein insecritos majors 23 desenvolv 18 0 0